Ja, heute haben wir die Lise da, unsere neue Hauptdarstellerin, für uns heute Weihnachtsfried und sie schlützt jetzt den Zellofahrt. Ja, hallo, ich bin Lise und wir spielen heute einen schönen Weihnachtsbruch. Ja, heute Bern und ganz interessant, nächste Woche fahren wir schon damit. So, der Nebel richtet sich gut und wir wandern da auf beim Flügeligen Ruppenlitz. Jawohl, es geht immer bergab, schön steig, aber es geht dazu, der Bergwandern. Wie sind Sie? Die Nebel richtet sich da oben, schau. Wir sehen rüber und bauen gut und es wird ein bulkenloser, herrlicher Wandertag heute. Kann mir nur mein Bergheil wünschen, auf jeden Fall bei dieser Novemberwanderung hier rauf auf dem Flügeligen. Einfach, ja, schön bald sind wir da herum, die Stammanneln zahlen uns den Weg da raus und flügelen. Bald haben wir es geschafft, Hansi, super. Der Nebel bleibt dunkel und wir gehen durch die Sonne und immer höher. Und überall blau, ja, die Bank ist in Sicht. Das Gipfel-Greuz-Auchtoten, das haben wir sehr geschafft. Da freut man sich wirklich von ganzem Herzen. Super!